Ja, Sam, ist er endlich wieder da, he? Es gibt nichts Schöneres, wenn einen Hund so miteinander spülen. Mir gefällt das unbeinlich. Jetzt kommt keine nimmer mit. Ja, da ist aber der auch ein... Der ist flink. Wie alt ist er, der? Wie alt ist er, der? Im Januar wird ein Junge. Oh, mein, ist ja logisch, dass der so... Der ist ja wie ein Wuschel, so der. Und wie heißt er? Sam. Sam. Und sie gefreut sich. Sie ist also drei und die braucht so einen Wulpfang, so einen Jungen. Weil sie ist 13,5 und so. Ah, 13,5. Ja, also die spielt schon Ball in ruhiger Art oder so. Aber sowas braucht sie. Ach, süß. Ja, da kannst du den... Den zeigt richtig Freude. Ja, ja. Das ist jetzt ein bisschen verwirrt, weil der so stürmisch ist. Ja, ja, weil er so stürmisch ist. Ja. 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 Du weißt gar nicht recht, was ich machen soll. Ja. Ich selbst, grüß dich. Grüß dich. Ich hab mir recht. Da kommst du kaum mit ne Frömer mit. So flotzern dich. Ja, der ist so wie so flink. Ja, ja. Aber ein schöner Mischling ist das. Nein, das ist ein Mischling. Nicht? Was ist das für einer? Aus grünem Schabbat. Echt? Ja. Ganz ein brauner? Ja. Das hättest du nicht geglaubt. Wow. Wie schön. Weil die hab ich immer anders. Also so hell und so. Ja, die haben auch schon zum Teil, gibt's das ja so in so grau. Ähm, Blumen, Erde, da kenn ich sie. Aber so hab ich's noch nicht gesehen. Also das hab ich noch nicht gesehen. Schön ist der. Also deswegen ist der so temperamentvoll. Weil die sind ja auch aus. Die haben Pfeffer im Arsch, haben die. Ist das schön. Ich glaub, die spielen jetzt eine Stunde auch miteinander. Ja. Ja, dann ist unten eher mild, weil wir gehen ja da vorne nicht mehr auf die Wiese runter. Ja, ja. Und da spielen mit einer Ball oder Frisbee. Aber da, da ist jetzt schon dann schon ausgebaut. Oh, süß. Und meine sind ja ganz sozial. Wir sind ja immer am Kali-Treffen. Und, und. Aha. Also da hat's noch nie was gegeben. Nein, also der auch, der ist von klein an halt eigentlich immer auch mit anderen Hunden. Das fahren ja früh am Flugplatz. Nach Gailo. Ja. Da fahren ja unwahrscheinlich früh. Äh, am Amberg, äh, am Segelflug. Ja, 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 ja. Also da sind wir auch. Also da sind wir auch zwischen. Da hilft ein bisschen weit. Aber das lohnt sich. Besonders im Sommer an den See fahren wir da hin also. Ja. Da sind's oft mit ihm. Weißt jetzt, also. Kehrt uns sonst nicht. Schön. Also da geht die stundenlang zuschauen, wenn da so ein Hund springt. Ja, vor allem wenn es so schön friedlich ist. Ja. Jetzt haben sie mal. Hey, Candy! Jetzt kommen wir schon wieder. Ja. Na ja. Na ja, das ging so echt. Hahaha. 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 Ich glaube, das spürt uns den ganzen Tag miteinander. Bis bis. Äääääääääh.